So, gut, weiter geht's hier. Wir bombardieren weiter die Stadt. Vielleicht können wir die gleich schon einnehmen. Ja, sonst wird die Einheit sterben. No, schauen wir mal. Ja, sieht sehr gut aus, können wir einnehmen. Aber erst nächste Runde. So, der Siedler. Geht weiter vor. Wo, den brauchen wir gar nicht, ne? Wir schauen mal, vielleicht brauchen wir den doch. So, sieht's hier aus. Hier ist nix gebreitet, was steht hier? Unbekannt aus, Schwider wurde besiegt und Annehmlichkeiten. Naja, ist uns, na, müssen wir aber gleich mal gucken. Bauen wir erst mal die Universität da hin. Damit wir Oxford da bauen können. Dann machen wir einmal Pferde weg. Ja. Einmal Pferde weg. Wir haben ja drei und brauchen da später keine Pferde mehr. Ich glaub, der macht aber keinen Schaden mehr. So, Brasilia wird noch angegriffen von mir. Und dann ist Schluss. Naja, komm, wir machen ganz Brasilia erstmal weg. Ne, ne, nicht weiter. Treff an. So, gut. Ja, die Stadt werden wir behalten. Und dann werden wir mal sehen, dass wir die Grenzen hier zumachen. Grenzen zu. Dann werden wir unsere Armeen mal stationären. So, dich. Jetzt sind wir einen vor und heilen dich. So, den behalten wir auch. So, dann baut die Universität bitte mal. Und hier. Hm. Eigentlich schon hier irgendwas Cooles gebaut. Ich glaub nicht, ne? Wo gibt's denn hier zufrieden Raum? Wohlraum. Na ja, nehmen wir den Kornspeicher mal bauen. So, weil das geht bestimmt jetzt ein bisschen unzufrieden. Kein Wachstum mehr, ist ja nicht so schlimm. Ist ja sechs drin. Dann wird Brasilia mal eingenommen. So, dann gehen wir mal. Was denn? Wir können so machen. Du gibst uns einmal Kakao. Ja. Gut, du gibst uns Geld pro Runde zehn. Gut, dann gibst uns 100 so. Sagen wir fünf. Na gut, sagen wir vier. Handeln wir mal mit denen. Hoffentlich jetzt nur vier ist, aber ich muss noch an dem genug zahlen. Von daher. So. Beförderung verfügbar. Mal gegen den Nahkampfer. Und die drücken wir auch vor. Ich auch. Die schicken wir einmal nach da. Die schicken wir nach... Die lassen wir verschanzt da bitte. So, warte. Den wollte ich nach... Ne, ne, warte. Den. Der kommt nach hier. Hm, angreifen kann ich das nicht. Will ich aber gerne. Jetzt warte ich auch einmal nach hier. Gut, du kannst nicht angreifen. Muss noch einen weiter nach vorne. Ne, hier wurde jemand entdeckt hinten. Also, was ist los? Ja, den Siedler. Machen wir bloß mit dir. Du kannst zwar deine Stadt gründen, bringt aber wenig. Ja, für Städtegründe ist, glaube ich, zu spät. Hm, wir könnten hier eine Stadt bauen. Oder wir lassen das auch gränt weitermachen. Ja, schauen wir mal. Wir lassen den... Na, wir machen den nochmal auch in den Augen überspringen. Ich bin mir nicht sicher, was ich mit dem vorhabe. Wir wollen ja erstmal Brasilia einnehmen. Also zerstören. Ne, ja, unsere ganzen Handelswege werden... Oh, jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Schaden das gemacht hat. Na, es geht. Wir bombardieren die einfach erstmal weiter. Bis die Einheiten zu schwach werden. Dann schicke ich die einmal zurück. Na, hinten ist Kakao. Was bist du denn? Spanier. Na, den können wir vorschicken. Gehen wir da hin. Genau. Die schicken wir nach hier. So, ich reiße weiter die Stadt an. Die schicken wir erstmal nach hier. Dann heilst du dich vernünftig. So, den schicken wir da hin. Du rufst dich aus. So, du bombardierst weiter. Du gehst ein nach vorne. Und bombardierst da weiter. Der Produktion, wo? Heilige Städte. Hier kann man jetzt die Universität von Ox... Oh, wow. 100 Runden. Sieht nicht gut aus. Ja, hier können wir mal... Zeig mal. Können wir mal einen Händler produzieren. Und du, wie viele Aufladen hast du? Zwei. Die schicken wir mal da hin. Und dann läuft das schon. Dann zerstören wir jetzt Brasilia. Auch wenn die 14 einarbeitet. Das geht immer runter. Dann lasse ich ihnen lieber ein bisschen Platz. Trüffel. Habe ich hier auch, ne? Oder? Ja, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Oh, hätte gar nicht angriffen. Dann greifen wir weiter an. Und du gehst mal hier hin. So, dich verschanzen war. Damit du dich heilen kannst. Die schicken wir jetzt einmal nach da. So. Dann in die nächste Runde. Ja, hier fehlt Wohlraum. Müssen wir gleich mal gucken, was wir dagegen tun können. Gebe ich auch noch einen Händler. Ach, einen Bauarbeiter. Ja, der bleibt auch da erstmal. Oder? Wir schicken den weiter vor. Der hat zwei Aufladungen. Ja, aber der könnte da hingehen. Was greifst du mich an? Bauen wir erstmal vernünftige Einheiten. Na, vielleicht können wir mit dem bombardieren. So, dich schicken wir jetzt auch mal nach da. Damit du schon mal wichtige Sachen machen kannst. So, wie sieht es hier aus? Dich heilen wir. Dich heilen wir auch einmal. Dich bombardieren wir die Stadt weiter. Dich bombardieren wir den. Dich kann eigentlich abbrechen. Zufällig. Ich glaube, ich habe noch einen Erfolg bekommen, weil ich den gar nicht hatte. Ach, jetzt kann ich gar nicht. Hä? Schicken wir mal nach da. Der kann da bleiben. So, weiter geht's. Mir fehlt überall Wohnraum. Kriege ich jetzt mal eine Religion? Ihr habt so viel Geld, Leute. Ich verbreite eure Religion. Fürs nächste Mal weiß ich Bescheid. Wir müssen zuerst eine Religion gründen, bevor wir irgendwas anders machen. Na, Brasilien ist eine große Stadt. Hat aber keine Weltwunder. So können wir das ruhig zerstören. So, du greifst auch weiter an. Du auch. Das schicken wir jetzt hier hin. Und dich schicken wir direkt vor die Grenze. Du hältst wohl einen Schlag noch aus. So, den können wir ja da lassen. Die werden wir jetzt weitergehen, damit wir hier hinten den Kakao anbauen können. So, mit dem machen wir dann hier die restlichen Sachen fertig. Müssen wir mal gucken. Also hier bauen wir auf jeden Fall, ähm... Da muss ich mal gucken gleich. Was? Ah, Frieden verhandelt. Wo die ganze Stadt starten. Huch! Da ist ja auch noch was. Wie groß das Gebiet hier eigentlich ist, ne? Die haben da noch viel mehr. Hm. Aber ich will es eigentlich zerstören. Und dann habe ich ja hier nichts mehr. So, geht es ja erstmal dahin. So, du bauen wir jetzt weiter. Ja, vielleicht ist jetzt sinnlos, die Stadt zu zerstören, aber... Ich weiß nicht. Brasial, da kann ich nicht mehr viel machen. Schauen wir mal, wie groß das Gebiet ist, wenn das hier hinten noch lang geht. Okay. Na, das ist doch kleiner als gedacht. Stadt vernichten. So, und dann gehen wir hier weiter. Geländefelder kaufen. Können wir das Döckefeld auch noch kaufen hier. So, und hier bauen wir... Hier können wir auch einen Hafen bauen. Bauen wollen wir nicht. Entweder ein Industriegebiet oder ein Handelszentrum. Aber es gibt plus vier, das auch. Na, bauen wir... Na, na, dann können wir hier versuchen noch... Ja, gut, machen wir. Bauen wir da ein Handelszentrum hin. So. Dann werden wir jetzt erst mal... Vorrücken. So, da haben wir noch einen. Wie viel Aufladung hast du? Ah, drei Stück. Das freut mich. Haben wir schon mal ein paar Aufladungen mehr. Und dann langsam. Aber sicher ist... Rio nicht mehr ganz vorne. Ja, in Religion werden wir, glaube ich, nichts mehr reißen. Hier, in Wissenschaft. Der P da, der ist nicht mehr Platz 1. Arabien ist jetzt in Führung. Der hat doch gar nichts getan. Ne, doch. Hä? Oh. Braucht noch jemand Befehle? Verschanz dich mal da bitte drin. Ja, denunziert uns. Kriegst du Albrei? Ja, könnte man sagen, dass ich das betreibe. Könnte man sagen. Ja. Führ mal mit deinem Schwert woanders rum. Ich mach trotzdem weiter. Vielleicht behalten wir Rio. Möchtest du? Hä? Hä? Willst du von uns? Achso, haben wir jetzt Krieg? Hä? Was für Forderungen? Was wollt ihr denn jetzt von mir? Das ist gar nichts von mir. Solltet ihr doch alle mit mir Krieg machen? Kommt her. Ich zerstöre euch alle. Ich hab einige an Truppen. Seht ihr doch hier? Okay. Da ist der Spanier durchgekommen jetzt. Jetzt krieg ich auch die Religion wahrscheinlich. Von dem Spanier. Wirtschaft ist ein Bereich, in dem eigene Wünsche kaum eine Rolle spielen. Alles klar. So. Forschung. Hier haben wir Renaissance-Seitenmauern. Und hier haben wir die Digger. Hm. Kanalisation. Oh. Mhm. Zeig mal. Wer ist ihr hier? Oh, es sind einige. Da können wir ein Panzerschiff. Kriegen wir die Ranger. Dann machen wir erstmal hier das. Da wird uns Kohle. So. Du gehst jetzt mal hier hin. Und brauchst die erste Mine. So. Die schicken wir hier hin. Ich würde angreifen. So. Und überspringen. So. Dich werden wir hier heilen. Damit du vorrücken kannst. So. Der ist auch angekommen. Und hatten wir noch einen losgeschickt. Ja. Hier. Aber da gehen wir lieber zu der Koffermine. Und hier hatten wir einen. Gut. Na. Läuft so einigermaßen. Ist ja jemand noch den zweiten Krieg Arabien oder den Kongo. Dann sind wir kaputt. Ja. Jetzt übertreiben sie aber. Aber ich habe den Katholismus jetzt. Wie sieht es denn eigentlich aus? Warte. Hier. Weltrangliste. Religion. Ja. Okay. Philipp. Ja. Im Moment denuzieren die uns ein bisschen. Aber ist mir Latte eigentlich. Wir führen den Feldzug hier. So. Die machen wir mal weg. Und ich schicke mir einen vor. Dann kannst du mich angreifen. Und die werden wir zurückziehen. Stattdessen gehst du an seinem Platz hin. Hä. Ich wollte ihn angreifen. Hier gibt es keinen Frieden. Außer wenn du mir allein Geld gibst. Na theoretisch könnten wir eigentlich erstmal Frieden machen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher. Dass wir das hier nicht bekommen werden. Dann baut er direkt eine neue Stadt hier hin. Ich sehe. Der hat noch hier noch eine Stadt. Ah. Wir könnten versuchen mit dem. Ah komm. Was soll's. Machen wir erstmal Frieden mit dem. Dafür will ich aber. Dein ganzes Gold haben. Dankeschön. Hoffentlich war das nicht unser Gold. Ich glaube nicht. Dass das unser Gold war. So. Haben wir den jetzt erstmal mit dem Frieden. Können wir uns eigentlich weiter ausbreiten. Langsam. Gegen den Kongo marschieren. Und dann erstmal die Hauptstadt hier einnehmen. So. Gut. Dann. Nächste Runde. Und dann ziehen wir uns erstmal alle nach hier. Den haben wir jetzt erstmal ein bisschen kleiner gemacht. Na dann können wir den Kongo einnehmen. Und dann zerstören wir die Stadt erstmal. Und die. Auch. Und dann nehmen wir die noch ein. Oder zerstören die auch. Und dann gehen wir rüber hier. Zu den ganzen Küstenstätten. Die nehmen wir auf jeden Fall alle ein. Gut. Dann muss ich jetzt erstmal wieder an meine. Hier dran denken. An Wohnraum. Und dann gehen wir auf jeden Fall. 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 Vielen Dank.